Und wir hatten diesmal ziemlich viele 9-11 Verschwörungstheoretiker dabei. Oh ja. Die haben echt genervt. Deswegen ist es ja auch heute was. Ja, aber... Ja, aber am Anfang auch. Meine Güte, der Block ist aber ganz schön gestiegen, man. Der ist ganz schön groß geworden. Hab ich irgendwie nicht so groß eingeschätzt, als ich da vorbeigelaufen war. Der ist auch viel gepackter, viel konzentrierter. Die Reihen fest geschlossen. Zusammen gegen Staat und Kapital. So, und das jetzt noch jeden Montag? Das ist in Stuttgart so. Ja. Jeden Freitag um die 50.000. Und montags auch nochmal, ich weiß nicht... Habt ihr auch den schwarzen Block dabei? Nee. Ohne schwarzen Block. Naja, es sind so ein paar Versprengte da, die versuchen es dann. Aber dann kommen gleich die Omis und scheuchen die zusammen. Ich könnte jetzt auch gleich ein kleiner Brandencocktail aus diesen Reihen rausgeflogen kommen. So, ne? Ja. Da hinten dran ist auch nochmal ganz schönes. Ja, da ist nochmal eine Piratenrunde. Ja, da ist nochmal eine kleine Piratenrunde. Ja. 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 Das ist nochmal der kleine Parteitag hier, ne? Ja. Oder der große Parteitag. ein Techno-Truck wie man bei der Love Parade kannte. Das ist ja schon die kleine Version. Die sind auch schon so ein bisschen müde, ne? So ist es am Ende der Demo, man merkt es denen anders. Wo hat es gewonnen? Hm? Wo hat es denn gewonnen? Na, komm kurz nochmal Platz, einmal rundherum. Ah. Kommen wir gerade zurück, es sind gerade die letzten Meter sozusagen. Das finde ich immer schön hier, äh, Grundgesetz. Also unser Parteiprogramm ist das Grundgesetz. Steht da dran am Wagen.